Hallo und herzlich willkommen zu Folge 190 von Gothic 1 Quentins Bande. Wir gehen aus dem Tempel des Schläfers jetzt wieder raus. Ich hatte ja wie gesagt schon erwähnt, dunkle Geheimnisse, die andere Erweiterungsmod von Gothic 1, die bisher längste, die ich zumindest gespielt hatte, hat uns an die 204 Folgen gedrückt. Es ist halt die Frage, ob Quentins Bande da mithalten kann. Also wir könnten notfalls hier uns schon wegteleportieren, das wäre gar kein Thema. Das sage ich nur deswegen, weil ich mir zum anschauen will, ob die Orksauer auf uns sind. Denn es wirkte ja erst so, als könnte man mit denen auch noch quatschen. Und das scheint auch so zu sein. Aber die sind rot. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Aber der greift uns zumindest nicht an bei Sichtkontakt. Eigentlich waren die ja grünen, wenn wir es mit Ulu Mulu tragen. Und der ist nicht so freundlich zu sehen, wie es scheint. Okay. Ja, finde ich schade. Ich dachte, wir könnten hier vielleicht noch ein bisschen friedlich mit denen koexistieren, weil es macht sonst keinen Sinn, dass die Namen bekommen haben. Außer man könnte irgendwie vielleicht als Sektler das anders angehen. Boah, keine Ahnung. Wie ich dachte, eigentlich hat das Ulu Mulu nämlich keinen Effekt mehr, wenn man dann wieder rauskommt. Naja, gut. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal zu Darion. Hallo, Jungs. Wisst ihr, wo ich war? Im Schläfertempel. Ihr könnt das gar nicht glauben, ne? So. Wir sind eben auch noch im Kapitel 5. Kapitel 6 ist dann erst, wenn wir Urizel wieder herstellen oder hergestellt haben. Ich weiß es jetzt gar nicht so genau. Auf jeden Fall geben wir jetzt erst nochmal die Quests ab. Geben dem guten alten Xalas Bescheid und dann müssen wir Stone befreien. So. Ich glaube, das ist Medaillauer, das du wolltest. Danke, wo hast du es? Ja, das ist eine lange Geschichte, aber Korboba reist mit Kalom in die Stadt der Orks. Genauer gesagt, zu einem Tempel, der unter der Stadt liegt. Ein Tempel unter der Stadt der Orks? Was redest du denn da? Sag einfach, dass du ihr in einer Höhle getroffen hast und beim Kartenspiel das Medaillauer für mich gewonnen hast. Ich weiß nicht, wie man Karten spielt. Es macht nichts. Hier ist das versprochene Erz. Warte mal. Ja, warte mal. Echt, das ist ja belöd, ey. Gut. Ne, gar nicht gut. Also wir haben einfach nur 300, äh, 400 Erz dafür bekommen. Das ist ja antiklimatisch. Es ist schade, dass wir die ganzen Waffen jetzt nicht mehr verwerten können, weil es kein Erz mehr gibt und keine Dinge, die für uns von Interesse wären. Ich gehe nochmal zu Kor Angar. Hätte ja was zu sagen. Ich glaube es zwar eigentlich nicht, aber man weiß ja nie. Wir können auch wieder, übrigens, jetzt wo ich es wieder sehe, Ulu Mulu ablegen. Was ist mit dieser Leiter los, Mann? So. Es wäre halt recht schön, wenn man jetzt am Ende nochmal irgendwie von den wichtigsten Personen der Lager nochmal irgendwie so ein Briefing bekommt oder denen Bescheid gibt, was man vorhat oder was weiß ich. Aber leider kommt es dazu, glaube ich, nicht mehr. So, ich glaube, ich war sogar eben bei Kor Angashürde, kann das sein? In so einem Tapschädel, oder? War das die? Ne. Bin ich bedeppert? Das war die da hinten, oder? Ist das Kor Angas Bude? Templer, Korner tot. Noch ein Templer. Und leeres Bett. Ne, das ist nicht Kor Angas Bude. Ist wirklich hier alle anderen wie so ein Tölbel? Nein, nix ist. Ist das hier Kor Angas Bude? Templer. Ne. Hä? Wo war denn der Kerl? Ist das Kor Anga? Ne, das ist nur Korner Ida und geh weg mit dir, will ich gar nicht reden. Dein Glück. Ne, dein Glück. Kann ich da mal vorbei? Wir könnten jetzt in der Hoffnung, dass die Äpfel dabei haben, nochmal alle Templer niederschlagen. Kor Anga? Ah, Tatsache hier oben. Ja, du mich auch. Ne, leider hat er nichts mehr zu sagen. Und ich glaube, Kor Angas auch unbesiegbar. Das heißt, sein, wie hieß das Schwert? Roter Sturm? Ne. Roter Wind. Das können wir leider nicht bekommen. Oder vielleicht doch. Ich habe es auf den Versuch ankommen lassen. Musst sich tun. Denn die Waffe ist richtig stark, die der hat. Ich glaube, Roter Wind war der Name der Waffe. Gut, aber das Sektenlager ist jetzt quasi, blöd gesagt, erledigt. Heißt für uns, Wassermagier werden. Ne, nochmal kurz hier vorbeigucken. Ob wir Satoras nochmal sagen können. Aber ich glaube, der hat jetzt einfach sein Soll auch erfüllt. Genau, wir können... Nein, da habe ich mich auch noch verklickt. Theoretisch können wir jetzt auch noch drei Kreise erlernen. Aber das ist halt eigentlich für ein Arsch. Also, wobei... Hm, wir haben auch über 100 Mana. Das ist auch nicht so verachtenswert, aber... Wir sind natürlich Kämpfer. Das macht halt wenig Sinn, ne? Wir können jetzt theoretisch mit Feuerregen auch durchs Sumpflager und durchs neue Lagerrennen alle Leute umbringen und noch ein paar Äpfel mitnehmen. Wenn wir jetzt hier nämlich alle... losen Enden... quasi... auftröseln wollen. Aber nun gut. Gehen wir erstmal ins alte Lager. Und das Betonwurm machen wir dann quasi fast zum Schluss. Da muss ich dann erstmal gucken... Wie würde es mit dem Silberdonner machen? Da brauchen wir ja noch neun Stück von. Da habe ich leider nicht genug... bei Zufall durch die Schatullen bekommen. Oder vielleicht habe ich auch bei irgendjemandem das nicht gekauft. Bei Skip oder... Nee, Skip hat das nicht verkauft. Vielleicht... Ja, wir gucken mal, vielleicht kriegen wir was von Stone. Ne? Bevor wir da jetzt hier... vorschnell urteilen. Obwohl wir natürlich nicht... Vielleicht können wir das ja trotzdem noch erledigen. Hey du! Vielleicht hat er jetzt auch irgendeinen... seltsamer... Händler gehabt im... in der alten Mina. Gut, der Zug ist halt auch abgefahren. Ich habe die Kristalle. Großartig, gib sie mir. Bitte sehr. Dann kann ich endlich anfangen, sie zu erforschen. Du hast deine Sache gut gemacht. Was ist mit dem Klauen der magischen Panther? Die habe ich auch hier. Sehr gut. Ich werde jetzt ihre magischen Eigenschaften analysieren. Hier ist deine Belohnung für deine Bemühungen. Danke. Was haben wir denn jetzt bekommen? Wir haben bekommen... 16 Leben. Zum Wohl. 900 haben wir schon. Ohne Armee der Finsternis und Skelett beschwören. Also das ist mäßig, aber die 16 Lebenspunkte... nehmen wir gerne mit. Das ist halt leider wieder schon so eskaliert und inflationär, dass wir, glaube ich, mit den 30.000 Erz bei Enos gar nicht so viel rausbekommen. Aber auch wieder dann vielleicht vom Balancing her einen guten Mittelweg. Ich habe einen Weg in den unterirdischen Tempel gefunden. Du hast... Du... Bemerkenswert. Du bist sehr stark geworden. Stärker als jeder andere innerhalb der Barriere. Vielleicht bist du doch derjenige, von dem die alten orkischen Prophezeiungen sprechen. Prophezeiungen? Welche Prophezeiungen? Uralte orkische Schriften aus der Zeit, kurz nach der Versiegelung des unterirdischen Tempels, sprechen von einem heiligen Feind. Ein heiliger Feind? Einer, der kommen wird, um den Schläfer für immer aus unserer Welt zu verbannen. Ich soll der Gegenstand einer uralten Prophezeiung sein? Du musst dich irren. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Ich habe dieses seltsame Schwert hier gefunden. Zeig mal her. Interessant. Hier steht Uriziel. Ich habe schon von diesem Schwert gehört. Es ist eine Waffe aus alten Tagen, als die Menschheit noch jung war. Die Waffe ist aus einem völlig unbekannten Material geschmiedet. Auch über den Erschaffer steht nichts geschrieben. Angeblich soll diese Klinge unglaubliche Kräfte besessen haben. Aber ich kann keinerlei magische Aura feststellen. Es steht geschrieben, dass der Träger dieser Waffe die stärksten Panzerungen durchbohren und die mächtigsten Schutzzauber überwinden kann. Wie konnte diese mächtige Waffe in den Besitz der Orks gelangen? Es heißt, dass die Orks dieses Schwert damals einem mächtigen Feldherren der Menschen geraubt hatten. Sie konnten es zwar nicht benutzen, aber sie konnten es gut verstecken. Nicht gut genug. Kann man die damaligen Kräfte der Waffe wieder herstellen? Dafür würdest du eine sehr starke magische Energiequelle benötigen. In etwa so stark, dass man die magische Barriere damit sprengen könnte? In etwa. Außerdem wirst du eine sehr spezielle Zauberformel benötigen, die den Energietransfer vollbringen kann. Gib mir ein wenig Zeit und ich kann dir die magische Formel herstellen. Ich werde mich in der Zwischenzeit nach einer besseren Rüstung umsehen. Die Untoten im Tempel haben gewaltige Beulen in meinen Panzer gehauen. Du solltest meinen alten Turm aufsuchen. Deinen alten Turm? Er versank bei einem dieser Beben in einem See im Osten. Die Turmspitzen ragen noch immer aus dem Wasser heraus. Dort lagern noch einige Artefakte. Ich hatte mir nie die Mühe gemacht, sie zu bergen. Wie gelange ich hinein? Ich war nach dem Beben nicht mehr dort. Du musst also selbst einen Weg hineinfinden. Aber nimm diesen Schlüssel. Er öffnet eine Truhe, in der ich besonders seltene Artefakte aufbewahrte. Vielen Dank. Jetzt haben wir hier alles abgeschlossen. Auch der Weg in den Schläfertempel und die schwarzen Kristalle. Und jetzt sollen wir natürlich zum alten Dämonenturm. Oh, die können wir da am besten hinkommen. Vermutlich laufen wir einfach direkt. Meinen hier keine halben Sachen. Also der geht gut nach Urizil. Wir holen uns die uralte Rüstung. Ah, nein, 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 nein. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Hier unten sind natürlich wieder Orcs gespawnt. Ah, Jungs, was geht? Sie sind hier los. Mensch, die haben den guten alten Xardar aber auch ein bisschen hier in die Mangel genommen. Wir können Urizil jetzt schon benutzen. Er benötigt nur 30 Stärke, macht 90 Schaden. Das ist halt schon nicht schlecht. Aber darauf erstmal mal mal Lade, ne? Auf den Lebensverlust erstmal mal mal Lade fressen. Der maximale HP. Wir müssen auf jeden Fall noch Kraut stampfen. Das hätte ich jetzt eigentlich im Sumpflager machen sollen. Also da war ich Depp. Und dann können wir noch ein bisschen von Gurims Spezialwein zusammen anschen. Und dann können wir das Zeug wegsaufen. Ich hätte vielleicht flächendeckend da alle Kräuter kaufen sollen bei den ganzen Händlern. Sei es drum. Wir sind ja trotzdem perfekt gerüstet für alles, was vor uns liegt. Nur weil ich jetzt keine tausend Lebenspunkte zusammen bekomme. Das ist halt auch wahrscheinlich. Ich wollte gerade instinktiv auf den Flammendämon losrennen und den umbringen. Dabei ist der ja ein Diener von unserem guten Freund. Den muss man gar nicht umbringen. Durch die Frage, auch hier wieder, gibt es hier irgendwas Neues bei bekannten Lagern? Also wir haben zumindest mal bei Saturas nichts Neues. Wir haben bei Koangar nichts Neues. Bei Koangar kann ich daraus auch schließen, dass es da nichts mehr Neues gibt. Also Sumpflager können wir einen Haken setzen vermutlich. Beim neuen Lager wäre ich mir noch gar nicht so sicher. Es gab auf jeden Fall einen Respawn. Nach dem ganzen Spaß hier. Bei den Ork-Gegern könnte auch noch was sein. Ich hoffe ja immer noch auf... ...irgendeine Interaktion mit den... ...besonderen Orks. Mit besonderen Orks meine ich die, die einen eigenen Namen tragen. Oder irgendeine besondere Bezeichnung in der Ork-Stadt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es das einfach gewesen sein soll. Und die haben einfach nicht mit uns geredet. Das... Da muss eigentlich mehr dahinter stecken. Das ist doch ansonsten irgendwie... ...vergeuderte Liebesmüh. Warum gibt man denen Namen ohne Bezeichnung? Und dann machen die nichts. Das stinkt doch irgendwie. Das müffelt. Vielleicht können wir ja Urschark nochmal fragen. Gehen wir erstmal zu Xardas altem verrotzten Turm. Und holen uns die Zerdelle der kaputten Rüstung. Wenn wir auch einen Grund haben, zu Stone zu gehen. Damit er die uns verbessern kann. So sieht es nämlich aus. Und der alte Turm ist auch wirklich hart verrotzt, ne? Das muss man wirklich mal sagen. Der ist in keinem guten Zustand. Der hat dann... ...schon ein paar höherwertigere Dämonen benutzt. Die haben ein bisschen was von Architektur verstehen. Bei den neuen Türmen. Also alle Dinge hier sieht ja noch nichts aus. Ich bin auch gar nicht sicher... ...ob das ursprünglich... ...ein Turm von Xardas gewesen sein sollte. Weil das sieht mir sehr orkisch aus. Insgesamt. Aber was weiß ich schon. Ist ja auf jeden Fall auch ein cooler Dungeon. Ein kaputter Turm, wo man ganz tief runtertauchen kann. Und halt alles nahtlos... ...in einer Welt, ne? Also abgesehen jetzt von der alten Mine und so. Und freien Mine. Muss man schon sagen. Da ist Gothic 1... ...schon ein Meilenstein gewesen. So, das ist die ganze Familie. Sogar... ...Zombies haben sie hier. Von Zombies? Also Zombies haben sie sehr gespart. In der Mob bisher. Jetzt schreien die hier schön. Und da oben haben wir noch einen Magier. Der kann gerne seine Armee noch holen. Ja, holen sie halt. Nein, doch nicht raus. Das war dann noch im Abgang. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter weg sein, damit er... ...den anderen Zauber wieder rausholt. Und auf jeden Fall... ...jups. Wir kriegen unsere Level-App... ...ja, sowieso. Und zwar mit dem nächsten Zombie. Und hier haben wir ein paar. Wow. Jetzt haben wir wirklich 40 Lernpunkte auf der hohen Kante. Ich komme mir echt ein bisschen blöd vor. Hier haben wir erstmal ein paar Tränke. Die sind aber nicht so wertvoll. Aber hier haben wir jetzt einen heißen Scheiß. Da ist er nämlich. Die antike Erzrüstung. Und die ist jetzt schon besser als die Rüstung, die wir haben. Warum hier jetzt ein grobes Schwert ist, entzieht sich zwar auch meinem Verständnis. Und wir haben hier den Teleport zu den Feuermagier. Der ist hier drin. Also ich meine, das macht Sinn. Er ist ja ein alter Feuermagier. Aber ich finde es irgendwie sehr witzig, dass der hier drin ist. War das wirklich so? Also ich meine, das kann wirklich sein. Ich habe es einfach nur vergessen. Oder falsche Erinnerung. Ich dachte eher, dass uns Xardas den Teleport mitgibt. Aber nee, macht schon auch Sinn. Obermichel, wie gesagt. Der Dungeon hier, der sieht auch nicht so aus wie ein Turm hier unten drin. Sieht eher aus wie was Orkisches. Jetzt haben sie dann vielleicht einfach nur ein bisschen zurecht gedreht in der Story. Keine Ahnung. Sie waren auch nur zweitrangig. Beschwert sich ja nicht, oder? So. Hier haben wir auch nochmal ein paar Tränke. Das sind aber auch normale. Hier wäre nochmal eine Belia-Statue. Viel mehr Belia-Statuen als normale, ne? Also als Inos-Statuen, würde ich sagen. Hier im alten Gemäuer. Von guten alten Xardas. Noch mal eine Menge Tränke. Ein bisschen Feuerpfeile. So ein bisschen Schund halt, ne? Den keiner braucht. Sonst ist hier nichts. Die Belia-Statue brauchen wir auch nicht so viel zum alten Turm. Der ist halt wirklich sehr überschaubar. Und leider auch hier keine Stärketränke oder sowas. Aber, naja, nicht, dass wir es groß noch bräuchten. Aber anmerken kann man es ja trotzdem mal. Also, auf zu Xardas. Dem haben wir kaum einen Tag Zeit gelassen, überhaupt Urizel zu studieren. Aber ich meine... Also, was heißt Urizel zu studieren? Ich habe ja Urizel dabei. Aber ich meine, der überlegt jetzt die Zauberformel, wie wir dem Erzhaufen die magische Kraft entziehen können und den Urizel umleiten können. Zufällig hast du dir natürlich die Rüstung. Warum hat der die eigentlich... Also, warum hat Xardas eigentlich dieses antike Rüstung? Gut, der hat sie vielleicht eben gefunden. Hast du die magische Formel für das Aufladen von Urizel fertiggestellt? Sie ist vollendet. Aber du wirst sie nicht alleine benutzen können. Warum nicht? Sie muss von einem Magier gesprochen werden, während du das Schwert mit der Kraftquelle in Berührung bringst. Dann werde ich mich nach Unterstützung umschauen müssen. Nimm die Formel an dich und gib der Waffe ihre alte Macht zurück. Du wirst sie brauchen. Aha. Ich würde es vorziehen, wenn es ein Einhandschwert wäre. Wovon redest du da? Ich bin nicht auf zweihändige Waffen spezialisiert. Es ist ein ziemlich schweres Schwert. Ich würde lieber wissen, wie man es richtig benutzt, wenn es mir bald nützlich sein wird. Nun, das liegt nicht in meiner Hand. Wenn du einen Schmied finden könntest, der das Schwert so schmiedet, dass das Juwel nicht beschädigt wird, sehe ich da kein Problem. Allerdings müsstest du das tun, bevor du Urizel auflädst. Ausgezeichnet. Jetzt sagt er dasselbe nochmal. Aha. Kann ich Urizel zu einem Einhandschwert umschmieden lassen? Ich brauche nur noch einen hilfsbereiten Magier. Ja, wo wird den wohl finden? So, jetzt haben wir natürlich wenig Machttausch. Ach, das ist der, genau, Urizel gedöhnt. Jetzt haben wir sogar mehrere Gründe, den guten alten Stone aufzusuchen, denn der ist doch bestimmt auch der, den wir hier brauchen für die Aktion. Was mache ich denn hier für einen Scheiß? Müssen wir doch gar nicht. Ich würde trotzdem gerne wissen, wie das jetzt weitergeht mit Raven. Weil ich will nicht, dass das jetzt irgendwie so ein bisschen in der Luft stecken bleibt. Das fände ich sehr, sehr schade. Wenn wir nicht erfahren, was die jetzt mit Gommes machen oder wer mit dem Trupp außerhalb des Lagers vorhat, bei denen könnte man nochmal vorbeigucken eigentlich. Wie dem auch sei, in diesem Sinne sehen wir unsere nächsten Folge. Machen wir gerade weiter. Bis dahin. Tschüss.